Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Heute ist Tag 20, also die 20. Foto-Challenge. Heute ist es... 90er Jahre. 90er? Okay, erstmal gucke ich gleich, was man so mit den 90er Jahren verbindet. Da muss ich mir ein paar Inscos holen im Internet. Als allererstes bin ich auf Google gegangen und habe eingegeben 90er, Räume, Wohnungen, sowas, um zu gucken, ob ich irgendwas davon finde, was halt machbar ist umzusetzen, da ich an dem Tag nicht so viel Zeit hatte. Also, habe ich geguckt und ein paar Sachen gefunden, so gewisse Lampen, aber es ist wahrscheinlich auch eher ein Jahrzehnt vorher gewesen. Aber da konnte ich nichts machen, ich habe halt nur so eine Lampe gehabt. Nämlich bei meiner Oma, bei meiner einen Oma, habe ich dann so eine Lampe im Wohnzimmer gefunden und die kommt jetzt. Nämlich bei meiner Oma, bei meiner Oma, bei meiner Oma, habe ich ein paar Jahre alt. Nämlich bei meiner Oma, habe ich zwei Jahre alt. Ich habe ich... Nämlich bei meiner Oma, habe ich ein paar Tage. Und ich werde einfach noch mal interessiert, was ich hier in den letzten Standort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017